Hallo! Grüß dich Margarete! Bist du dann Heidhausen unterwegs? Ja, wir sind jetzt gerade hier in der wunderschönen Weißenburger Straße und wir wollen mal gerne die Perspektiven der Anwohner bzw. der Gewerbetreibenden hören. Es ist geplant, hier eine Fußgängerzone zu machen, temporär. Und ja, es ist wenig Bürgerbeteiligung gelaufen, wie bei uns im Tal auch. Und jetzt möchten wir gerne mal hören, was denn hier die Gewerbetreibenden sagen und welche Perspektiven sie einbringen werden. Da bin ich mal gespannt, was die Leute zu sagen haben. Ja, ich auch. Wir sind jetzt beim Frank Motz von Betten-Lenz in der Weißenburger Straße. Lieber Frank, was habt ihr denn für ein besonderes Geschäft? Also wir haben vorwiegend ein Betten-Fachgeschäft. Alles rund ums Bett ist bei uns komplett. Daunen und Decken, Federn, Kopfkissen, Bettwäsche und teilweise auch Matratzen. Vorwiegend liegt unsere Stärke in Bettfederreinigung und in Umarbeitung von Daunen und Decken. Und das machst du selber? Das machen wir alles selber, nach wie vor. Und wo machst du das? Ich habe hinten eine kleine Werkstatt, da wird gewaschen und wird auch genäht und selbst verfüllt. Sehr individuelle Anfertigung von Daunenbetten und Kissen. Wie viele Geschäfte gibt es noch, wie deins? So wie ich jetzt aufgestellt bin, gibt es noch drei Geschäfte in der Stadt München. Früher waren es natürlich bedeutend mehrere. Da waren es zwischen 20 und 30 Geschäfte. Das muss man schon sagen. Hat sich natürlich im Laufe der Zeit immer weniger, sind immer weniger geworden, so kleine Geschäfte. Und jetzt kommen Leute von rundherum zu dir und lassen. So Betten wie das, das ist ja wunderschön. Also so richtig... Ein schönes Daunenbett. Ja. Leute kommen von rundherum, vorwiegend aus dem Stadtgebiet Ramersdorf, von außerhalb vorwiegend, kommen viele Leute hergefahren, die jetzt ihre Betten aufarbeiten lassen bzw. waschen lassen. Das muss man sagen. Ja, also wie gesagt, Ramersdorf, Hallaching, Grünwald. Ja, eigentlich bis raus Richtung Ebersberg geht es, wo ich meine Kunden herabere. Und Frank, du hast so einen wunderbaren weißen Kittel an. Was hat es mit dem auf sich? Das ist eine Art Sauberkeit, sag ich mal, weil wir ja individuell für die Kunden die Betten annehmen. Und da bin ich immer der Meinung, dass es ein bisschen sauber zugehen muss. Es ist echt nett, wenn man bei dir reinkommt, man sieht dich schon in dem weißen, dann weiß man genau, das ist der Frank. Ja, genau. Das ist richtig. Aber wie gesagt, wir sind da noch ein bisschen konservativ aufgestellt. Der weiße Kittel zeugt halt, sag ich mal, dass es sehr ordentlich und sehr sauber zugeht. Jetzt geht es um die Fußgängerzone, die hier bei euch draußen in der Weissenburger Straße geplant ist. Was hast du da für eine Perspektive dazu? Wie gesagt, meine Bedenken sind, dass nicht mehr genügend Kunden hereinkommen, weil ja die Kunden mit ihren Betten und ihren Kissen kommen und wollen bei mir die Sachen abgeben. Die dürfen natürlich dann nicht mehr hereinfahren. Und da habe ich meine Bedenken. Vielleicht gäbe es da eine andere Lösung, die man in puncto Einbahnstraße sich mal Gedanken machen sollte. Dass der Kunde nach wie vor zu mir reinfahren kann. Das wäre ganz wichtig für uns. Und vielleicht so reinfahren, stehen bleiben, seine Erledigungen machen. Seine Erledigungen machen, richtig kurz stehen bleiben. Das wäre ganz wichtig für uns. Wie lang soll man stehen bleiben können? 30 Minuten. Ist ja alles erledigt. In 30 Minuten rundherum alles gemacht. Kurzparkzone. Ich will damit nur ausdrücken, dass wir nicht gegen eine Verkehrsberuhigung sind, sondern dass man ein Kompromiss stattfinden muss, der jedem entgegenkommt. Magst du dich ein bisschen zu mir drehen? Ja. Und Frank, du hast vorher, oder ich war gestern schon bei dir mal ganz kurz, dann haben wir geredet, dann hast du gesagt, wir haben hier in der Weißenburger Straße auch irgendwie so die kurzen Wege. Genau so ist es. Wir haben kurze Wege. Wir haben hier alles, vom Bäcker über Metzger, über Buchläden, über kleine Boutiquen. Wir haben hier alles in der Weißenburger Straße. Also hier muss keiner großartig rumfahren oder in die Innenstadt. Hier in Heidhausen gibt es eigentlich alles, was man braucht für Nahversorger. Supermärkte, Supermärkte, Alnatura, alles da. Was, das ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort dafür, aber was würde dich ärgern oder was ärgert dich jetzt? Warum hast du jetzt gesagt, du sprichst mit uns auch über die Fußgängerzone? Was war so der Grund, warum du sagst, wir müssen uns jetzt vielleicht auch zusammentun aufgrund der anstehenden Planung? Was mich ein bisschen stört, ist dieses, entweder gibt es nur Schwarz oder Weiß, es gibt keinen dazwischen. Das ist für mich ein bisschen irritierend. Man müsste einen Weg finden, der, wie gesagt, jeden befriedigt. Also das wäre ganz wichtig. Die eine Fraktion der Verkehrsberuhigung, aber jetzt keine komplette Sperrung der Straße, dass man da noch reinfahren darf. Das wäre ganz wichtig. Und was sagst du jetzt? Was ist jetzt das, was du so liebst an Heidhausen, an der Weißenburger Straße? Was macht es aus? Die Vielfältigkeit, das ist ganz klar. Die Vielfältigkeit und die netten Leute und wie gesagt die ganzen Gewerbetreibenden, das macht Heidhausen aus. Weißenburger Platz ist sehr schön, also das muss man schon sagen. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Und du arbeitest natürlich auch mit den Kollegen zusammen im Einzelhandel, oder? Er empfehlt euch? Wir empfehlen uns gegenseitig, ja. Und jeder ist hier gut vernetzt und jeder kennt sich und das ist sehr, sehr angenehm. Das muss man schon sagen. Wenn jetzt dann so Sitzgelegenheiten kommen und Beete, wo man seine eigenen Tomaten und Grünkohl ernten kann, also so haben wir im Tal und überall gibt es ja die gleichen Planungen. Auch in der Kolumbusstraße hatten wir das. Denkst du, dass die Weißenburger Straße dafür geeignet ist? Ich glaube eher nicht, weil sowas muss schon sehr gut gepflegt sein. Man sieht es ja an den Bäumen hier, die vor ein paar Jahren hier reingekommen sind. Das muss schon gut gepflegt sein, sonst lässt das der optische Eindruck sehr stark nach. In puncto Müll und Vermüllung, wie gesagt, muss man schon gut hinterher sein, um das so gutes Erscheinungsbild zu haben. Was wäre jetzt so dein Wunsch an die Politik, wenn du einen Wunsch hättest an den Bezirksausschuss, an den Stadtrat, die das entscheiden, dass deine Straße, eure Straße sich zum Positiven schön entwickelt? Es gibt ja den Spruch, nur wer sich verändert, bleibt sich selber treu. Ich würde sagen, man sollte sich vielleicht nochmal zusammensetzen, nochmal eine Begehung machen, die Ängste und Nöte der Gewerbetreibenden aufnehmen und da nochmal richtig die Sache darlegen, was steht dafür, was steht dagegen, welche Alternativen gibt es. Wie gesagt, meine Meinung ist, nicht immer dieses Schwarz oder Weiß, sondern es muss auch dazwischen eine Lösung geben, die für jeden da ist. Das wäre ganz wichtig. Was wären dazwischen? Dazwischen wäre zum Beispiel eine Einbahnregelung, da kann man sich gut mit anfreunden, das heißt, dass der Kunde in die Straße reinfahren kann, kann hier 10 Minuten, 20 Minuten parken, kann seine Sachen erledigen etc. etc. und wäre dann wieder schnell weg. Und der Fußgänger und Radfahrer würde sich auch damit arrangieren können. Das wäre ganz wichtig. Hast du noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, wo du sagst, es wäre jetzt was, was vielleicht eine Perspektive ist, die du einbringst? Weil du natürlich ein gewisses Publikum hast, du hast auch ein bisschen ältere Leute, die vielleicht auch nicht so ganz super zu Fuß sind. Und du hast jetzt da auch echt die ganze Bandbreite der Bevölkerung, die zu dir kommen. Ich habe die ganze Bandbreite, das ist richtig. Vorwiegend ist meine Kundenklientel ältere Leute, die nicht mehr ganz zu Fuß sind. Also die kommen schon mit dem Auto hierher gefahren, das muss man schon sagen. Das ist ganz klar. Und da muss man schon Prioritäten setzen, dass die Leute nach wie vor zu uns kommen können. Also die älteren Leute wollen ja auch leben. Das ist richtig. Die älteren Leute wollen leben und wollen auch noch teilhaben am Leben. Und für die darf man nicht alles abschneiden. Das ist ganz wichtig. Wäre das jetzt so etwas, was man abschneiden würde, würdest du denken? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Das wäre schon schwierig. Dass ältere Leute, die jetzt nicht mehr zu Fuß kommen können, das ist schwierig. Ganz klar. Hast du noch eine Perspektive, wo du sagst, die ist jetzt wichtig, die soll die Politik jetzt auch mal hören? Da hätten wir jetzt gerade die Chance dazu. Fällt mir jetzt nichts ein. Ja gut. Schneid mal raus. Ja, schneid mal alles raus. Wolfgang, fällt dir noch was ein? Nee. Frank, vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein dürften. Und dass du uns wirklich deinen wunderschönen Laden gezeigt hast. Du hast ganz spezielle Sachen hier. Und das kann sich jeder auch mal anschauen bei dir, gell? Kann sich jeder anschauen. Das ist klar. Kriegt auch jeder eine super Beratung von uns. Ja. Und wie gesagt, Bettfederreinigungen, das ist unsere Stärke. Danke. Super. Ich danke dir sehr herzlich und wir tun uns wieder zusammen. Wir tun uns wieder zusammen. Und du wünschst dir, dass es ein gutes Miteinander gibt, oder? Das habe ich jetzt bei den anderen auch gehört. Ein gutes Miteinander, das wünsche ich mir vor allen Dingen. Das ist richtig. Dann gute Feiertage. Dir auch. Schöne Feiertage und einen schönen Advent. Genau. Danke. Bis bald. Danke, Frank. Bis bald.